Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir gegen zwei Möbius bekämpft und mussten eine Niederlage einstecken, also zumindest unsere Charaktere. Wir persönlich haben den so hart in den Arsch getreten, zumindest den zweiten. Der erste hat uns echt gut auf Trab gehalten. Ich hoffe, ich muss den nicht nochmal bekämpfen, wenn ja, wird es schrecklich. Ja, wir haben hier leider den Hinrichtungsplatz so gesehen erreicht. Das gefällt uns natürlich gar nicht, also wir sind auf einem Richtplatz, also sie wollen wahrscheinlich einen von uns hinrichten. In allerhöchster Wahrscheinlichkeit würde ich auf Mio tippen, weil sie in der Einzelzelle ist. Ich rede jetzt mal kurz noch mit allen Leuten. Ne, ich fand's krass, dass Lance und Senna sich beim letzten Mal, ich gehe davon aus, dass sie es wollten, sich mit dem Typen in die Luft jagen wollten, um ihn down zu kriegen. Gut, dass er schon mal drüber nachdenkt. Er hat recht. Ich fahr' mich schon mal aus dem Bild. Ich hab' aber nicht verstanden, was der für eine Fähigkeit hat. Da er von Realität gesprochen hat, würde ich am ehesten von der Realität wäre, seine Fähigkeit ausgehen. Aber wie genau man das verstehen kann, ist natürlich die Frage, ne, also von diesem N. Ich bin ein bisschen, aber ich bin ein bisschen. Das wird nix sie uns von unseren Wernern keine Chance für uns zu verbrechen einfach das ein wie kann ich das ein wie kann ich das ein ein wie kann ich das ein wir müssen durch wir müssen Mio aus sehr gut ich habe einen Halt an die die w die 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 Have you resigned yourself wholly to your plight, knowing the extent of my power? Did you come to gloat? Where's Mio? The girl you'll find is in the cell beside you. Huh? Call out her name, why don't you? Your voice at least should reach. Oh, I see. You still cling to a sliver of hope. You recall, I wanted to stage a little sideshow. You're expecting applause? It's the homecoming. I'm glad you catch on quick. With the eclipse, one month from now, the girl will meet her long-awaited end. Why don't we honor it at the castle? Make it a day to remember. Well? Does that not please you? What a magnificent sideshow it will be! Oh, yes. I almost forgot to tell you something. You are now aware of the cycle of rebirth, yes? There is an exception. Those whose flame is snuffed out during a homecoming... ...will not return. You must... So weak. Amusingly so. Right now, all of you put together, don't have the strength of a single soldier. Not even these flimsy iron bars yield to your efforts. Try all you like, but you cannot escape. No amount of toil will help you there. You feel the anguish. Crippling despair. That is the hubris. Of fools who cling blindly to their hopes. Only to find them dashed on the rocks. Of dreamers crushed under the sheer weight of reality. Of abject failures. Come on! Come on! Come on! That's enough! You're just gonna break your hands. I don't care! I'll shatter every bone in my body! If that's what it takes! Just stop! Please! Leo! Are you okay? Don't worry about me. I'm... Totally fine. I've made... My peace. Even if I can never leave here. I'm content. I'll live on in others. Knowing that is enough for me. Please. Don't worry. Don't worry. I don't know. Let me out. Amen. Hey, why do you think it is that they look like Noah and Mia? Like I know. Why don't you ask them yourself? When we kick the bucket, we're reborn in those cradles, right? Maybe it's somehow connected to that. You think they're the same people? Is that even possible? Strange. Regardless, why would they do this? What possible purpose could all this serve? It's almost like they're toying with us just for kicks. You know, they've all been like that. When they took away lives, it was like they were enjoying it. That's really true? It seemed natural to laugh when happy. And yet, N had sadness in eyes, it seemed. Like Sparky did. He's Mobius. Our sworn enemy. We really are hopeless. Can't believe we're stuck in here behind these snuffing bars. It wouldn't be much of a prison, if they didn't perform that function. Come on. Was there even any point in all this? And everything we've done? Of course there was. Of course there was. At first, even when Guernica said he was six times older, it didn't click. The past ten years was pure greed, I thought. But now, I'm scraping for whatever I can get. What are you doing? Huh? Oh, the bitch queen herself. Where do you think you're going? Where do you think I'm going? You know I can't allow this. Excuse me? That's a direct order. Don't be stupid. Whatever. Up yours. Look, the castle is on maximum alert now. Are you in that much of a hurry to get back behind bars? This ain't like the time we ambushed Kevez, when we had the element of surprise. After all they did for me, I can't just leave them. We don't have time for this. And I'm telling you, it's suicide. Noah entrusted everything to us. Hope. The future. Get that through your skull. You! Here I am. The future. Here I am. You! I phantasy, forever by your side protecting you. Assuming that's what you wanted to. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schenaya You know, I thought our lives were like our music, always in our hands, under our control. I wasn't facing the truth. Even if I could reach people, I wouldn't be able to save them. I should have known that. It's unbearable. Seeing life slip away from you. Even though they're right there. What am I even doing? It's dark out, huh? No moon. Huh? But the starlight is so nice and warm. Mia. Hey. When the two of us first met, you asked me if I wanted to survive. Yeah. I replied. I didn't mind either way. Yeah. I'll correct that. Now I... Want to live. To live. And learn. A whole lot more. Noah. There's so much for us to see. Finally. You called me by my name. Oh, yeah. Sorry. I guess I felt that... If I did, my heart would downright break. Because... I'd be admitting the truth. Mia. But you know... These feelings that grew within me, They're thanks to you. That's why... You're not allowed to say... It's been for nothing. You've enriched my life, Noah. That's clear now. Mia. You know... I don't want this to be it. If I were given the chance... If this road I've walked... Were to keep on going... I'd like to spend that time... With my Noah. Bye. I would be hoping so. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erinnerst du? Als Riku gibt es Wissen? Als in der 필요e Kraft ist, wird die Worte entstehen. Ja. Erinnerst du es. Heute ist der Tag der Worte. Selbst auf der Ebene, auf der Beteiligung, muss niemals aufzunehmen. Riku... Mimi! Mio! 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 Du bist ein Offseer, also sende sie. Was ist falsch? Go on, sende sie. Ist das nicht deine Rolle? Ist sie nicht deine Mio? Wer ist hier? Ach, mein Gott, der wird dir nicht die Schönheit. Das ist, wenn ich nicht meine Menschen, die Menschen schlägt, Es hat Spaß gemacht, Noah. Mia! 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 Was? Ich will das Spiel speichern, aber ich komme jetzt ins Bild zurück, die Sequenz gerade ging ja extrem zu lang und ich wette, dass es wieder eine weitere lange Sequenz jetzt geben wird. Es ist ein bisschen scheiße, Mio ist gerade gestorben, also, damit bin ich nie einverstanden. Ne. Damit bin ich nie einverstanden. Irgendwas muss es doch geben, dass man ihr helfen kann, das kann es doch nicht gewesen sein. Das ist meine Meinung jetzt gerade. Wisst ihr was, Leute, wir machen jetzt hier wieder den Cliffhanger. Wir machen hier für heute Schluss. Bei der nächsten Folge geht es genau an der Stelle weiter. Ich hoffe an der Stelle, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt bei der nächsten Folge wieder. Die wird genau hier weiter gehen. Bis dahin sage ich Tschau. Und. Vielen Dank.